hallo und herzlich willkommen zurück bei techstrip und es ist wieder zeit für audio equipment da kann man ja nie genug ausprobieren durchswitchen jetzt etwas neues für mich ein xlr mikrofon ein ziemlich bekanntes zumindest der kleine bruder davon wenn man so möchte das ist das mv 7x von schur ich habe immer noch probleme wie schreibt man wie spricht man das richtig aus schreibt es mal in die comments wie man das richtig ausspricht schuhe jedenfalls ist das mv 7 ein bekanntes mikrofon und es gibt davon eine abgespeckte variante die kostet viel weniger ungefähr 170 euro momentan und wir schauen uns das ganz mal an ich werde es anschließend ausprobieren ob mir das ganze halt besser gefällt und xlr mikrofon wir probieren es aus aber erst mal das unboxing da haben wir das gute stück das mv 7x wird von schur als nachfolger des mv 7b tituliert was etwas zu dem ganzen mikrofon es ist ein dynamisches mikrofon mit einer näheren charakteristik bedeutet in erster linie das was in der front vom mikrofon passiert wird aufgenommen und je weiter man rum geht bis nach hinten jetzt immer weniger das ganze hat einen frequenzbereich von 50 bis 16 kilo herz und dazu ist das ganze auch noch wunderbar in einem vollmetall gehäuse wie es schon bezeichnet mit einem xlr anschluss also kein usb oder alternativen anschluss ausschließlich xlr das ganze ist also er für streamer und podcaster die den mund direkt dran halten schauen wir uns mal hier noch an der seite an nettes gesicht dann die rückseite haben wir es auch noch mal kompatibel mit einem mikrofon ständer natürlich warum auch nicht mit einem 5 8el zoll gewinde ist das ganze dabei ein stativ adapter voice isolation technology schauen wir mal wie das ganze wird xlr haben wir schon gesagt und halt näheren charakteristik nichts besonderes außer seriennummer schauen wir doch mal was drin ist in der verpackung so killermesser bitte schön killermesser ob mir das ganze dann doch besser gefällt als so ein usb mikro welcome to peter sound so und da kommt mir schon erstmal direkt die verfaltete deckel was ist denn das abdeckung an ist jetzt nicht wichtig aber ich sag mal war mal wieder klar dass ich sowas bekomme und ich schon mal noch hier die anleitung anleitung sicherheitseinweisung und hier das mikro legen wir erstmal zur seite hat schon einiges an gewicht hier ist nichts mehr drin und noch etwas papierkram oh doch da ist noch etwas drin noch sieht man es da limited warranty ja gut hier headphones was ist das denn für ein schreiben keine ahnung ich kann es nicht lesen naja gut und noch ein adapter jawohl damit kriegt ihr das auch eigentlich in jedes in jedem normalen stativarm geschraubt oder in jeder halterung wird also hinhauen und jetzt mal hier das mikrofon das ist schon das hat qualität ganz ehrlich also wenn man es in der hand nimmt das erste mal da denkt man sich hier oh da steckt schon was drin an qualität das haben wir hier noch die kleine fahne ja gut so und dann ist das hier auch schon ihr seht für wen das zu groß ist das gewinne das fünf achtel dann gibt es hier noch halt ein adapter auf ein drei achtel zoll gewinne das braucht wie gesagt dürfte für die meisten dann ausreichen man sieht schuhe und auf der rückseite im gegensatz zum großen bruder halt kein usb anschluss und auch kein kopfhörer ausgang für ja zum monitoring nichts da ausschließlich hier arm und der pop schutz den kann man abnehmen habe ich jetzt nicht allzu gutes drüber gehört teilweise sowas von ob das jetzt drauf ist oder nicht macht eigentlich kaum einen unterschied aber man kann größere nachkaufen da weiß ich nicht wenn mir das ganze gefällt dann werde ich mir eventuell mal nachkaufen und auch testen hier dann die kapsel das war es jetzt zum unboxing wird zeit das ganze anzuschließen und dann schauen wir mal wie das ganze denn so klingt so jetzt habe ich das mikrofon und spreche direkt von ganz wenigen zentimetern hinein stimme sollte tiefer klingen vernünftig professionell für ein streamer und jetzt bin ich so auf 15 cm abstand und das ist so der komfortable abstand stimme sollte immer noch in ordnung klingen nicht mehr ganz so intensiv wie sehr nah dran aber in ordnung keine filter dran allerdings auf volle möhre 72 db gain eingestellt das heißt euer xlr gerät muss schon einiges an power mitbringen ich würde sagen mindestens 50 55 db verstärkung damit das hier vernünftig funktioniert und jetzt machen wir noch mal den test wir gehen von der front an die seite wir sprechen von der einen seite ich könnte es natürlich auch einfacher machen ich drehe es einfach und zwar während ich rede drehe ich das mikrofon zur seite wir werden und das ist der vorteil dieser mikrofone je nachdem was man will dass hintergrundgeräusche wie tastaturen oder vielleicht sogar spiele sound der reinkommt nicht direkt mit aufgenommen wird für streamer für sowas ist das geeignet wenn man direkt einspricht und der pop schutz der pop schutz hört sich vielleicht etwas poppig an allerdings wenn man das mikrofon leicht schräg hält und dann etwas dran vorbei redet dann dürfte der pop schutz auch wieder ausreichend sein je nachdem wie ihr das gerne hättet gesagt man kann den pop schutz nachkaufen kostet ungefähr 30 euro der bessere bessere schutz und das soll jetzt mein kleines unboxing gewesen sein und ausprobieren ich hoffe es hat euch gefallen lasst ein kommentar da ein like fragen anmerkungen einfach alles dann bis zum nächsten video vielen dank ciao